Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Online-Kurs Mein erstes Referat. Was nun? Unsere heutigen Lernziele sind, dass ich Ihnen verschiedene Recherchetechniken vorstelle, die Sie bei der Recherche unterstützen sollen, unter anderem die Begriffsmatrix. Ich zeige Ihnen verschiedene Suchorte, an denen Sie Ihre Recherche starten können und stelle Ihnen insgesamt den Recherchekreislauf für eine Recherche vor. Stellen wir uns also vor, Ihnen wurde ein Referatsthema in einem Modul zugeteilt, wo Sie eine Präsentation halten müssen oder vielleicht müssen Sie eine Hausarbeit schreiben zu einem bestimmten Thema und womit fangen Sie denn jetzt an? Zu Beginn einer jeden Recherche müssen Sie zunächst einmal Suchbegriffe sammeln, mit denen Sie dann nach relevanter Literatur für Ihr Thema recherchieren können. Wir machen das heute mal anhand des Beispielthemas Die Bedeutung von Nachhaltigkeit für die Ernährung in Schulen. Wir zeigen Ihnen das Sammeln von Suchbegriffen anhand einer Begriffsmatrix. Diese kann dafür genutzt werden, um strukturiert Suchbegriffe zu sammeln, die Sie für Ihre Recherche verwenden können. Die Begriffsmatrix ist hierbei nur ein Beispiel. Sie können hierfür natürlich auch eine Wordcloud benutzen oder eine Wortliste, wie Sie bevorzugen. Die ersten paar Suchbegriffe können wir einfach unserem Thema selbst entnehmen. Also zum Beispiel haben wir das Wort Nachhaltigkeit, Ernährung und Schulen. Anhand dieser können wir dann weitere alternative Suchbegriffe sammeln. Also zum Beispiel ähnliche Begriffe, die eine ähnliche Bedeutung haben, Oberbegriffe, die etwas allgemeiner sind, und natürlich auch Begriffe in anderen Sprachen, falls Sie nicht nur deutschsprachige Literatur finden wollen, sondern zum Beispiel auch englischsprachige. Hier haben wir jetzt also für unser Beispielthema mal ein paar Beispiel-Recherche-Begriffe gesammelt. Wenn ich jetzt all meine Suchbegriffe gesammelt habe, wie geht es denn jetzt weiter? Die nächste Frage, die Sie sich stellen sollten, wie suche ich denn? Also ich habe meine Suchbegriffe, wie wende ich diese denn jetzt an? Da gibt es ein paar Recherche-Tipps, die Ihnen viel Zeit sparen können oder auch helfen können, mehr relevante Treffer für Ihr Thema zu finden. Zum Beispiel die Trunkierung. Bei der Trunkierung wählen Sie den bedeutungstragenden Stamm eines Wortes aus und fügen hinten ein Sternchen hinzu. In dem Fall werden alle Begriffe durchsucht, die diesen Wortstamm besitzen, also in unserem Beispiel Schul, und unterschiedliche Endungen haben, also Schule, Schulische, Schulmensa. Und diese Worte sind alle relevant für mein Thema und ich muss sie nicht einzeln eingeben, sondern kann sie somit mit einer einzigen Suche mit einbeziehen. Ein nächstes Recherche-Hilfswerkzeug, was Sie nutzen können, ist die Phrasensuche. Viele von Ihnen kennen diese wahrscheinlich schon. Wenn Sie zum Beispiel einen bestimmten Titel suchen, dann können Sie diesen Titel in Anführungszeichen einfügen, damit diese Begriffe nur in dieser bestimmten Reihenfolge im Ergebnis vorkommen müssen. Dies kann auch sinnvoll sein, wenn zwei Worte in einer bestimmten Reihenfolge eine besondere Bedeutung haben wie Social Media. Als letztes ist auch noch die Verknüpfung von Suchbegriffen wichtig. Meistens ist die Unverknüpfung in Suchmaschinen vorgegeben. Soll heißen, alle Begriffe, die man eingibt, müssen im Ergebnis auch vorkommen, damit dieses angezeigt wird. Das heißt, desto mehr Begriffe ich eingebe, desto weniger Ergebnisse kriege ich, dafür sollten die aber umso relevanter für mein Thema sein. Bei einer Oder-Verknüpfung reicht es, wenn nur der eine oder der andere Begriff im Ergebnis vorkommt. Es müssen nicht beide vorkommen. Final kann es manchmal auch sinnvoll sein, bestimmte Begriffe aus der Ergebnismenge auszuschließen mit einer Not- oder Nicht-Verknüpfung. Zum Beispiel, um nichtrelevante Treffer auszuschließen. Wenn wir diese Tipps jetzt alle auf unsere Begriffsmatrix anwenden, kann das so aussehen. Also einige unserer Kernbegriffe haben wir gekürzt mit einer Tronkierung, wie nachhaltig, und dann kann nachhaltige, Nachhaltigkeit, das wird alles gleichzeitig durchsucht. Die Unverknüpfung in diesem Fall ist sinnvoll, auf der waagreichen Achse soll heißen, Suchbegriffe, die unterschiedliche Bedeutung tragen. Auf der senkrechten Achse wiederum ist eine Oder-Verknüpfung sinnvoll, da dies ja ähnliche Begriffe sind, und es reicht, wenn einer dieser Begriffe im Ergebnis vorkommt. Wenn ich jetzt all meine Suchbegriffe gesammelt und bearbeitet habe, kommt als nächstes die Frage, wo suche ich denn? Zunächst einmal fangen wir mit unserem Wissensportal Primo an. Dieses sollten Sie ja bereits in unserem Kurs meine erste Literaturliste, was nun, kennengelernt haben. Deshalb stellen wir es hier jetzt nicht detailliert vor. Der Vorteil bei Primo ist, dass nur Bestände angezeigt werden, die tatsächlich über die TU auch verfügbar sind. Das heißt, Sie können direkt darauf zugreifen. Ein Nachteil ist, dass es bei sehr spezifischen Themen dafür eher vorkommt, dass man sehr wenige Ergebnisse oder sogar gar keine kriegt. In dem Fall ist es sinnvoll, woanders weiter zu recherchieren. Live möchte ich Ihnen nun Google Scholar und Devis, das Datenbank-Informationssystem, vorstellen. Dafür wechsle ich in den Browser. Google Scholar ist frei im Internet verfügbar und kann einfach gesucht werden. Der Vorteil von Google Scholar ist, dass anders als in Google hier nur wissenschaftliche Literatur gefunden wird. Meistens gibt es auch direkt eine Verlinkung zur Ergebnisseite. Soll heißen, falls diese frei verfügbar ist, kann man direkt darauf zugreifen. Die Verfügbarkeit ist in der Ergebnisliste in Google Scholar aber nicht sichtbar. Es kann also vorkommen, dass man über Google Scholar nicht direkt auf ein Ergebnis zugreifen kann. In dem Fall muss man im Wissensborder Primo oder in einem anderen Bibliothekskatalog weiter recherchieren, um Zugriff zu erhalten. Außerdem gibt es in Google Scholar auch keinerlei Qualitätskontrolle. Soll heißen, Sie müssen selbst einschätzen, ob dieser Titel qualitativ geeignet ist für Ihre Recherche. Wir machen jetzt mal eine Beispielrecherche anhand unseres Themas. So sieht eine Ergebnisliste in Google Scholar dann aus. Auf der linken Seite gibt es ein paar wenige Filter, um die Suche weiter einzugrenzen. Wenn ich mir die Ergebnisliste mal anschaue, würde ich sagen, ah, der zweite Treffer, der ist sehr relevant für unser Thema. Wenn ich jetzt mal dem Link folge, werde ich weitergeleitet, in diesem Fall zu einer Online-Library, die Zugriff zu diesem Titel ermöglichen kann. Wenn ich auf PDF klicke, lande ich jedoch bei einer Paywall, kann also nicht sofort darauf zugreifen. Deshalb kehre ich jetzt erstmal zu meiner Suchliste zurück. Denn hier sehe ich, es gibt noch weitere Versionen dieses Titels. So heißen, der Titel wurde an mehreren Orten veröffentlicht. Wenn ich mir diese Version jetzt alle anschaue, habe ich hier eine weitere Verlinkung, diesmal zum Research Gate. Und da kann ich auch direkt auf den Vortext zugreifen und ihn durchlesen. So heißen, in Google Scholar lohnt es sich immer zu prüfen, ob es mehrere Versionen eines Artikels gibt und dann zu schauen, ob man vielleicht auf eine der anderen Versionen zugreifen kann. Außerdem gibt es in Google Scholar noch die nützliche Funktion Zitiert von. Hier werden mir alle Titel angezeigt, die diesen, für mich relevanten Titel, zitiert haben. Vielleicht sind diese ja auch interessant für mein Thema. Das nennt sich das sogenannte Schneeballprinzip, dass ich anhand eines relevanten Themas weitere, für mich relevante Titel finden kann. Als nächstes schauen wir uns das Badatenbank-Informationssystem an. Datenbanken können bei der Recherche von sehr spezifischen Themen notwendig sein, gerade wenn man sehr viel Literatur benötigt. Es gibt unterschiedliche Datenbanken. Manche spezialisieren sich auf ein bestimmtes Themengebiet oder auf eine bestimmte Literaturart oder auch auf Zeiträume, die in dieser Datenbank gefunden werden können. So heißen, je nachdem, welches Thema sie behandeln, kann eine andere Datenbank für sie relevant sein. Ein Vorteil von Datenbanken ist, dass es generell eine redaktionelle Kontrolle gibt. Soll heißen, es wird geprüft, welche Titel qualitativ hochwertig genug sind, um einer Datenbank hinzugefügt zu werden. Wenn Sie jetzt schauen wollen, welche Datenbanken Ihnen zur Verfügung stehen über die TU, können Sie auf unserer Webseite starten und über Suchen und Ausleihen den Punkt Datenbankangebot der TU finden. Hier haben Sie eine Übersicht aller Datenbanken, die für Sie verfügbar sind. Teilweise, weil die TU sie für Sie lizenziert hat. Sie sehen, wir fangen mit einer Fachübersicht an. Und da unser Thema ja mit Ernährung zu tun hat, gehe ich mal zu dem Fachgebiet, das das Thema Ernährung mit einschließt. Hier habe ich ganz oben einige Empfehlungen für Top-Datenbanken. Auf der rechten Seite sehe ich auch sofort, wie ich auf diese zugreifen kann. Teilweise sind manche Daten frei im Web verfügbar, so heißen, ich kann überall, solange ich online bin, darauf zugreifen. Oder bei anderen Datenbanken muss ich mich in Schibolee befinden. Oder ich muss mich im Full-VPN der TU befinden, um darauf zugreifen zu können. Heute möchte ich Ihnen als Beispiel die Datenbank Scobus zeigen, die die TU Berlin vor kurzem für Sie lizenziert hat. Diese kann ich hier im Suchschlitz suchen. Auf meine Ergebnisse kann ich raufklicken, um genauere Informationen zu der Datenbank angezeigt zu kriegen. Einerseits habe ich hier den Zugriff, andererseits auch eine Beschreibung des Inhalts, die ich nutzen kann, um zu entscheiden, ob die Datenbank wirklich für mich relevant ist. Wenn ich jetzt auf den Link zugreife, komme ich erstmal nur auf eine Preview-Seite, weil ich ja noch keinen Zugriff zu dieser Datenbank habe. Das kann ich hier überprüfen. Die Datenbank ist von der TU Berlin lizenziert, also kann ich hier nach meiner Institution der TU Berlin suchen. Wenn ich diese finde, kann ich mich per Schibolee mit meinem TU-Konto einloggen, um auf die Datenbank zuzugreifen. Nun habe ich Zugriff auf Scobus und kann meine Recherche hier fortführen. Da es sich hier um eine englischsprachige Datenbank handelt, empfiehlt es sich auch, mit englischen Suchbegriffen zu recherchieren. Ein vierter Suchraum, den ich erwähnen möchte, ist das Bielefeld Academic Search Engine, kurz BASE. Dies ist eine der weltweit größten Suchmaschinen für wissenschaftliche Web-Dokumente. Ein Vorteil dieser Suchmaschine ist, dass größtenteils Open Access-Treffer gefunden werden, soll heißen, man kann sofort online darauf zugreifen. Aber Recherchen sind oft nicht geradlinig, sondern eher ein Kreislauf. Zunächst einmal, bei was suche ich, muss ich Worte sammeln. Bei was brauche ich, muss ich mir überlegen, wie viele Treffer benötige ich, welche Art von Literatur möchte ich finden. Wie suche ich, so heißen die verschiedenen Recherchetipps und Recherchewerkzeuge, die ich Ihnen genannt habe. Wo suche ich, also muss ich den geeigneten Suchraum für meine Recherche auswählen, vielleicht auch mehrere Suchworte nutzen. Und ganz zum Schluss natürlich, muss ich einschätzen, was habe ich gefunden. Passen meine Suchergebnisse thematisch zu dem Thema, das ich recherchieren möchte? Sind sie qualitativ hochwertig genug? Habe ich genug Treffer gefunden oder vielleicht auch zu viele Treffer? Wenn ich nicht genug Treffer habe, kann es sein, dass ich wieder von vorne anfangen muss, neue Suchworte sammeln muss oder vielleicht auch einen anderen Suchraum ausprobieren muss, bevor ich zufrieden bin mit meinen Suchergebnissen. Und dann kann ich natürlich anfangen mit dem Lesen und dem Schreiben. Wenn Sie während einer Recherche Fragen oder Probleme haben, nicht weiterkommen oder nicht genug finden, können Sie sich natürlich immer an das Bibliothekspersonal wenden. Ob über Telefon, über E-Mail oder auch vor Ort in der Bibliothek an einer Infotheke, wir helfen Ihnen gerne immer weiter. Zum Schluss nun viel Erfolg mit der Recherche und einen schönen Tag!